So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO bzw. das Ausbeute-Video zum Proto-Growdon-Raid-Day, was natürlich Shiny sein konnte und bei Keogra hatte ich ja das Pech gehabt. Wir haben 15 Raids gemacht in zweieinhalb Stunden mit einer kleinen Tour und es war kein Shiny dabei. Heute kann ich schon mal sagen, es war anders, es war zumindest, also es war mindestens ein Shiny dabei. Wer den Stream vielleicht live verfolgt hat, weil ihr mitgeradet habt, der wird ja gesehen haben, wie viele es gab, wie viele Raids wir gemacht haben, wie das war. Ich möchte euch jetzt meine Ausbeute zeigen, mal kurz gucken nach XXL, XXS, Shinies, IV, jedes Mal bewerten, eine Prodomorphose durchführen, das ist also das, was wir jetzt hier haben. Erstmal muss ich sagen, danke an Sandra und Jonas und das Muttertier, die sitzen hier wie die Hühner alle auf der Stange, das kann ich aber kurz zeigen. Die Mama soll nämlich gerade Essen raussuchen, weil wir was zu essen bestellen wollen und alle Hunger haben. Der Adi, der ist hier, der Jonas wird da gerade gefüttert und guckt und Sandra versteckt sich hinter Jonas. So, Molli, wo bist denn du? Keine Molli, da. Aus mehr besteht diese Familie nicht. Nein, die Kröte kommen dann auch gleich wieder. Wir haben ja beim letzten Mal mit Silvio Stefan Landei, der Landfrau und so weiter, durch Pupsis Erfahrung im Business Management natürlich eine Route gefunden, die uns sehr erträglich erschien. Die sind wir diesmal wiedergelaufen vom Volkshaus aus durch den englischen Gartenaren mitgenommen bis zur Justiz. Dort zwei Raids gemacht. Beim letzten Mal mussten wir uns beeilen, das hat direkt danach gewechselt. Dann war die Stunde um und wir konnten auf dem Rückweg die weiteren Raids machen. Diesmal hatten wir 15 Minuten Zeit, nachdem wir dort fertig waren, um in diesem kleinen Päkchen, Park, Pä, Pä, Päkchen, Pärchen, klingt komisch, dort zu verweilen unter den Kirschblüten des Asiatischen Reiches. Das war auf jeden Fall, hat das richtig schön und dann, und es war kalt. Also wir sind losgelaufen, es war windig, es war kalt, es hat teilweise genieselt. Und dann, nachdem wir in der ersten Lobby waren, kam die Sonne. Es war angenehm, es war schön und das ist ein richtig tolles Feeling gehabt. Wir haben also fünf Päse zusätzlich heute gehabt. Zwei Päse gibt es ja sowieso täglich momentan in der Season. Und dann durch das Raid Day Ticket von Sarina, also von Blood and Tears, gab es nochmal acht zusätzliche Päse. Also 15 Raids konnte ich heute machen, habe ich heute gemacht, hat Pupsi auch gemacht. Und das war cool, das hat Spaß gemacht. Jetzt zum Ende hin, man hat richtig frostige, eiskalte Finger auf einmal gehabt. Das hat sich dann wieder ein bisschen zugezogen, aber es hätte schlimmer sein können. Aber mir hat es gefallen. Der Stream hat mir auch gefallen. Es war wieder ein bisschen stressig, es gab trotzdem viel Action. Dann ging es immer los hier. Was muss ich einladen? 22. Was? This takes Creeper. Was hier? Ich? Ich mag Haschkekse. Muss ich? Bear. Bear. The Beer. Bear. Muss nochmal hier. Darf ich auch nochmal? Dustin hier? Was ist los? Was macht der Babette? Was macht Babette? Also die Motta hat keine Pässe. Oh mein Gott. Der Stream ist ja auf YouTube verfügbar. Wenn ihr den ganzen Stream nachvollziehen wollt, könnt ihr das theoretisch machen. Jetzt will ich mal ganz kurz, wenn ich reingehe, gucken. XXS. Haben wir nix bekommen. XXL. Haben wir nix bekommen. Shiny. Haben wir vier Stück bekommen. Beim letzten Mal gar nichts. Diesmal vier Shinys. Das ist richtig cool. Jetzt gehe ich hier drauf. Wir gucken uns die einzelnen Pokémon mal an, die wir heute hier bekommen haben. Aus den Raids. Das hier ist sogar das kleinste und leichtste mit 23.20. Wir gehen mal in den Bewertungs-Screen. Drei Sterne. 15 Angriff. Das war das erste. Wenn ihr den Stream auch verfolgt habt, habt ihr gesehen. Und ich sage es dir auch nochmal. Groudon ist so ein tolles Pokémon. Es ist eigentlich mein Lieblings-legendäres Pokémon. Es ist mein Lieblings-Shiny im Spiel allgemein. Es ist stark. Es ist nützlich. Es ist wuchtig. Es guckt total doof. Das finde ich so putzig an ihm. Es lässt sich mega gut fangen. Es geht nicht nach links. Nicht nach rechts. Es sitzt einfach nur da. Es greift auch so selten an. Sodass du einfach entspannt. Einfach fabelhaft werfen kannst. Der Kreis so riesig ist. Du fast ohne hinzugucken. Einfach immer triffst. Und das macht Spaß. Und es ist so nützlich und so stark, wenn du es selber nutzt für irgendwas. Dann haben wir 23.15er gehabt. Auch wieder drei Sterne. Dann gab es 23.17. Drei Sterne. Dann das erste Shiny. 23.15 mit drei Sternen. 15 Angriff. Dann 22.80. Zwei Sterne. Dann ein Wullpix. Ich weiß gar nicht, wieso das da ist. Das habe ich aus der Einfeldforschung zwischendurch kurz abgeholt. Aber irgendwie. Ich habe kein anderes wildes Pokémon gefangen. Kein GoPlus angehabt. Nichts. Das lag zu Hause. Hab ich vergessen. Aber wir haben uns aufs Raiden konzentriert. Das war eben mit dem Stream. Mit dem Chat. Mit allem. Bisher beschäftigt. 23.17. Auch drei Sterne. 23.15. Drei Sterne. 22.76. Zwei Sterne. Dann 23.37. Hat 15. 12.15. Müsste das Beste sein bis jetzt an der Stelle. Nochmal 23.09 mit drei Sternen. 23.15 mit drei Sternen. Shiny. Das waren also sogar zwei Shinies hintereinander. 23 mit drei Sternen. Im Treppchenformat 22.94. Zwei Sterne 22.96. Und eben habe ich mal geguckt. Ich habe noch einen Spezialtausch offen gehabt heute. Ich habe auf dem Samyang Bulldog Account noch etliche Groudons liegen gehabt, die alt waren. Und habe mir eins von 2018 mit den Sonderbonbons von Samyang Bulldog auf Level 40 gepusht. Und ist mir dann rübergetauscht. Und es ist Lucky geworden. Weil es von 2018 ist. Es ist so alt. Und ich hatte Glück, es ist Lucky geworden. Wo ich kein Glück hatte. Es hat keinen 15 Angriff. Denn ich brauche jetzt ein Groudon, was ich nutze für die Prodormorphose. Wenn ich jetzt Groudon eingebe und mal nach WP sortiert, hier seht ihr, ich habe jetzt sechs Lucky Groudon hier oben drin. Fünf davon sind auf Level 40. Die sind alle aus einem Tausch herausgekommen. Da ist man schon so gnädig. Pusht eins auf Level 40. Tauscht das 40er im Lucky Trade. Die IV sind mir komplett egal, sage ich immer. Aber bei Groudon Kyoko war es mir wichtig, wenigstens eins zu kriegen mit 15 Angriff. Weil wenn du das dann entwickelst, das ist klasse. Ich möchte jetzt nicht das irgendwie Prodormorphose machen bei einem schlechten. Jetzt haben wir das erste hier gehabt. Es hat drei Sterne, es hat gute Werte, es hat aber keinen 15 Angriff. Wir haben das zweite hier gehabt. Das war von Benny, glaube ich. Es hat drei Sterne, es hat gute Werte, aber es hat keinen 15 Angriff. Wir haben das hier gehabt. Es hat richtig gute Werte, aber es hat keinen 15 Angriff. Und wir haben das, das hat auch drei Sterne, aber kein 15 Angriff. Selbst das hat kein 15 Angriff. Welches von denen hier würdet ihr jetzt nehmen und würdet die Prodormorphose durchführen? Natürlich das hier, weil das habe ich letztens vom Erzengel Michael bekommen. Das hat 15 Angriff. Und es hat sogar 15 KP. Und es hat im Verteidigungswert 13. Das heißt, das ist ein 96er. Problem ist, das ist Level 25. Das ist nicht Level 40. Das ist nicht gepusht. Das hatte Wetterboost. Deswegen 2.900 noch was. Aber das würde ich dann eben gern mit Prodormorphose machen. Denn wenn ihr euch mal Kyokre anguckt. Bei Kyokre habe ich auch eins gekriegt im Glückstausch auf Level 40, was sowieso von Haus aus ein 96er dann war. Da dachte ich, cool. Du tauscht ein Kyokre auf Level 40, hast direkt ein 96er. Das hebst du dir auf und entwickelst das. Mit dem habe ich heute auch die ganze Zeit gekämpft. Ihr seht 15, 15, 13. Und das Groudon, was ich da eben habe, hat ja auch die Verteilung mit 2 15er Werte und 1 13er Werte. Deswegen würde das passen. Und an dem würde ich die Prodormorphose durchführen. Und ich habe ein paar Bonbons gesammelt. Und alle Sonderbonbons, die ich momentan kriege, möchte ich jetzt in dieses Groudon stecken. Weil dieses soll auf Level 40, das soll mit Prodormorphose sein, die ich jetzt ja auch einfach mal durchführe. Unser Erzengel. Ich habe wirklich gedacht, jetzt vielleicht habe ich Glück und bei dem letzten Tausch, den ich gerade mache, kriege ich noch ein Level 40er. Mit 15 Angriff. Selbst wenn das 15, 0, 0 hätte. Hey, es hätte 15 Angriff. Aber es hat wieder keine 15 gehabt. Also nehme ich das. Mit dem Lucky-Huntergrund. Da muss ich aber die Attacken auch noch ändern. Und ich glaube, weil wir so viel Proto-Energie haben und weil ich Groudon so genial finde, werde ich auch das höchste, das beste Groudon, was ich hier habe, was Shiny ist, nehme und auch hier die Prodormorphose durchführen. Ich hätte ja noch ein Level 40er nehmen können und hätte da die Prodormorphose machen können, dass du da ein starkes, großes Groudon hast. Ich möchte aber nur das eine haben, wo ich meine Bonbons reinstecke und ich möchte das hier als Shiny haben. Bei Kyogra habe ich nur das höchste, beste genommen, weil ich ja kein Shiny hatte. So habe ich jetzt aber dieses Proto-Groudon. Da kann ich auch gleich meinen Hashtag dran machen. Mega. Und bei dem anderen kann ich ja beim Erzengel auch den Tag dran machen. Mega. Und ansonsten war das jetzt mein Raid-Day mit Proto-Groudon. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht. Das Wetter hätte ein bisschen besser sein können. Es hätte aber auch viel schlechter sein können. Deswegen war es eigentlich ganz gut, wie es so ist. Nach den zwei Stunden mit kalten Händen ist man heim, war auch erfroren. Und wie sieht es bei euch aus? Wie viele Raids habt ihr gemacht? Habt ihr ein Shiny bekommen? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Was ist euer Bestes? Schreibt es rein. Und danke nochmal an Sarina, Blood and Tears, für das Raid-Day-Ticket. Sonst hätte ich nur sieben Raids machen können. So konnten wir 15 Raids machen. Und das Ganze hat sich gelohnt. Kyogra war genial. Groudon war genial. Mal gucken, wie es weitergeht. Peace out Vorhaut. Euer Ramses.